Hey Freunde, in diesem Video zeige ich dir, wie du dieses Auto in Warmbly Live bekommen kannst. Dafür nehmen wir jetzt erstmal mein Auto, was ich schon habe. Und dafür müssen wir jetzt zum ganz bestimmten Ort fahren. Wir müssen in die Stadt. Und dafür müssen wir jetzt in die Stadt, wenn ich den Weg in die Stadt finde. Besser Warmbly Live-Spieler weiß nicht mehr, wo der Weg in die Stadt führt. Dafür müssen wir jetzt erstmal in die Stadt überhaupt kommen, wenn mein Auto nicht dumm dafür wäre, also wenn ich nicht so dumm dafür wäre, und so. Jetzt seht ihr, wie wir in der Stadt, um das Auto zu bekommen, fahren wir jetzt erstmal. Passt das? Also müssen wir jetzt erstmal hier hinten rum fahren. Und wir müssen jetzt noch da unten, zu den Containern. Dafür müssen wir jetzt erstmal in die Arcade. und dafür müssen wir jetzt erstmal in den Fahrzeugpark, den es neu gibt, zu denen es schon seit fast einem Jahr gibt. Und dann müssen wir jetzt kurz mit dem Auto reinfahren. Und am besten ist, wenn wir den anderen Weg gehen. Wir müssen den Weg hier lang. Gehen. Wie lang? Nicht gegen das Ding fahren erst mal bitte. Und wir müssen... passt auf. hier runterfahren damit ich da okay endlich okay das ganze funktioniert nicht im fahren wegen der wir schnell ein anderes auto ich habe sehr viele autos vergeben sich in lage und holen uns schnell ein anderes auto ok jetzt mal in der kabine und holen uns schnell ein anderes auto nehmen wir uns jetzt mal kurz das auto weil es kann überall hochfahren passt auch wenigstens auf das denn hier drauf wie er das kriegt das zeige ich euch dann auch noch also aber das hat natürlich nicht mehr getan um das eine auto zu bekommen was ich euch ja gezeigt da müsst ihr hier zu diesem zu diesem roten container und müsst was ich zeige euch mal kurz die route wo das ist also ihr startet ja bei Ölmähzöhez da müsst ihr zu diesem ort also ihr müsst von also ihr müsst wo wohnt wo wohnt die Oma hier Oma wohnt wo wohnt die nochmal auf jeden Fall Oma wohnt hier würde ich denken hier ist die Stadt hier ist die Stadt Oma wohnt wo wohnt wo wohnt wo wohnt sie nochmal irgendwo in dem Bereich da ist sie Oma wohnt hier und ihr müsst einfach nur hier zu diesem Dings und dann müsst ihr hier incorrect und dann habt ihr das Auto schon und das war's Tschau so